Ich heiße mit meinem Orchester über die ganze Welt, meine Damen und Herren, von Nord bis Süd und Ost bis West. Wir kommen in die verschiedensten Länder und all diese Länder haben auch verschiedene Gewohnheiten und auch ganz verschiedene Nationalgerichte. Und das ist manchmal ein bisschen hart für uns. Wenn Sie sich vorstellen, wenn man die Wahl hat zwischen frittierte Würmer, Kuhaugensuppe oder gekochter Hund, dann ist man sehr, sehr froh, wenn irgendwo auf der Menükarte das rettende Gericht steht. Ein Wiener Schnitzel! Überall in der Welt gibt es Wiener Schnitzel. Die Wiener Küche ist geliebt in die ganze Welt. Wiener Schnitzel, Wiener Würstchen, Wiener Backhändel, Wiener Melange. Man liebt überall die Wiener Küche. Lass uns spielen, meine Damen, bevor uns das Wasser alle in den Mund zusammenlauft. Wir spielen jetzt für Sie ein echter Wiener Perpetuum mobile. Wir spielen jetzt für Sie ein echter Wiener. Wir spielen jetzt für Sie ein echter Wiener. Musik 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 Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Applaus